Die Konferenz bietet eine ganz tolle Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen, Nachwuchsforschern und etablierten Wissenschaftlerinnen zum Austausch über aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Herausforderungen im Sport in der modernen Gesellschaft. Darüber hinaus ist diese Konferenz natürlich interessant für die Sportlerinnen selbst und die Sportler, um die es da ja geht. Beispielhaft duale Karriere. Welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Welche Strukturen müssen eigentlich bereitgestellt werden, damit duale Karrieren im Spitzensport möglich sind? Wir haben auf der Konferenz drei Themenschwerpunkte. Duale Karriere, Frauen im Spitzensport und Digitalisierung. Und zu diesen drei Themen haben wir Keynote-Speaker eingeladen. Das sind renommierte internationale Wissenschaftler aus dem Bereich Organisationspsychologie und aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften und Marketing. Und wir haben auch eine Spitzensportlerin dabei, die zum Thema Frauen im Spitzensport berichten wird. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Konferenz teilzunehmen. Als Zuhörer, aber natürlich auch als Diskutanten, wenn es um die Herausforderungen und die Möglichkeit des Spitzensports und des Sports im Allgemeinen in der modernen Gesellschaft geht. Sie finden alle Informationen auf unserer Website.